Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Afrika-Live-Teams und des Deutschen Filmmuseums zur Eröffnung des Afrika-Live-Festivals begrüßen. Wir sind dieses Jahr bereits im 24. Jahr. Das ist schon eine ganz schöne Leistung und wir freuen uns auf das 25. im nächsten Jahr. Und wir haben wie immer versucht, ein vielfältiges Programm zusammenzustellen. Neben den aktuellen und den Filmklassikern bei uns an dem Filmforum Höchst erwartet Sie wie in gewohnter Weise auch ein Rahmenprogramm. Das ist eine Lesung am Freitag im Weltkulturnmuseum mit Felvin Saar und Lucie Muschida, die beide dann auch noch am Samstag bei der Podiumsdiskussion zum Thema Afrotopia, Afro-Utopia im Haus am Dom mit dabei sein werden. Das Abschlusskonzert findet wie immer in der Brotfabrik statt am Samstag, den 17.2. mit Deba, Deba und das Kinderfest am Sonntag, den 18.2. bei Afroton mit Adesa, die auch schon ein langjähriger Partner sind, die ein gemischtes Programm aus mehreren Jahren präsentieren werden. Ich möchte mich zunächst bei unserem Team bedanken, die immer wieder jedes Jahr sehr engagiert hier mit dabei sind. Das sind sowohl Einzelpersonen als auch bestimmte diverse Institutionen. Afrika Foundation, Afroton, Dialog International, das Filmforum Höchst, der VHS Frankfurt. Und ich möchte mich bei unseren Kooperationspartnern bedanken. Das ist die Brotfabrik, das neue Theater in Höchst, das Haus am Dom und das Weltkulturnmuseum. Und dann natürlich ganz speziell bei den Leuten, die jetzt besonders hier zu dem Filmprogramm beigetragen haben. Das ist zum einen der hessische Film- und Medien GmbH. Das ist das Institut Francais, insbesondere hier in Frankfurt das Institut Franco-Allemann-Science-Historique et Sociale d'Allemann. Und ich möchte Dominique Petre hier ganz herzlich begrüßen. Dann ist es das Filmhaus Frankfurt. Da möchte ich den Ralf Vörck ganz herzlich begrüßen. Das Friedrichsdorfer Institut zur Nachhaltigkeit. Das ist auch eine Kooperation, die wir jetzt schon seit fünf Jahren mittlerweile hier begehen. Und die auch gerade auch zu dem heutigen Abend hier sozusagen sich beteiligt haben. Und da möchte ich ganz herzlich Michael Götze begrüßen. Von der VHS Frankfurt möchte ich Trude Smith herzlich begrüßen, die Leiterin der VHS. Genau, das sind sozusagen die Partner, die wir hier für das Filmprogramm haben. Und dann sind natürlich noch jede Menge andere Sponsoren, die das Festival insgesamt auch fördern. Das ist das Kulturamt Frankfurt, das hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Brot für die Welt, Diakonisches Werk in Hessen. Das sind alles Partner, die uns wirklich schon über Jahre hier begleiten. Und dafür sind wir den Partnern sehr dankbar, weil man ja doch weiß, dass es immer wieder Änderungen in der Politik, in der Ausrichtung gibt. Und deswegen freuen wir uns, dass diese Partner uns wirklich seit vielen Jahren die Treue halten. Ein weiterer Dank gibt dem Arsenal Filminstitut für Film und Videokunst, die uns bei der Retrospektive mit Hondo geholfen haben. Wir erwarten als Gäste außer dem heutigen Abend, wo ich schon mal ganz herzlich Silvestre Amosu begrüßen möchte, den ich nachher aber auch noch vorstellen werde, erwarten wir als weitere Gäste Ramadu Keita, die auch schon vor vielen Jahren einmal mit dem Film Alessi hier zu Besuch war. Sie kommt am Sonntag bei uns und Montag im Filmforum Höchst mit dem Film The Wedding Ring. Eine junge Afrikanerin, die in Paris studiert hat, kehrt in ihre Heimat zurück und beschäftigt sich dort mit den Ritualen und Sitten ihrer Heimat, der Sahelregion. Und dann freue ich mich auch, dass Malte Rauch, der auch heute Abend hier ist, nächsten Dienstag seinen Film Frankfurt Konakry hier vorstellen wird. Das ist ein Film, der sozusagen vor längerer Zeit entstanden ist, anlässlich des zehnjährigen Todestages von Jean-Claude Diallo. So zeigen wir den Film hier und er ist in den 80er Jahren gedreht und hat damals Jean-Claude Diallo, der hier auch Integrationsdezernent war, damals in seiner Heimat nach Konakry begleitet hat, über mehrere Jahre und genau den Film zeigen wir hier am Dienstag. Ein weiterer, sagen hessischer Film, zeigen wir am Sonntag mit Sing It Loud von Julia Peters, die in Tansania gedreht hat. Und dort sozusagen die Core-Bewegung in Tansania begleitet hat. Gut, zum Programm könnte man viel sagen, ich will es aber dann doch relativ kurz machen. Vielleicht will ich noch erwähnen, Felicität zeigen wir hier und The Wound. Die beiden Filme waren in der Longlist sozusagen, die aus neun Filmen bestanden hat, für den fremdsprachigen Oscar nominiert. Das freut uns, sie sind leider nicht in die Endauswahl gekommen, aber immerhin waren sie doch in der näheren Auswahl, dass dann doch afrikanische Filme das sozusagen bis zu den Oscars geschafft haben. Beide Filme liefen auch schon im Kino, aber sie sind es sicherlich wert, hier auch nochmal gezeigt zu werden. Wir zeigen mir dann die Ville Vert von Dani Koujaté, den wir auch schon häufiger hier im Festival mit seinen Filmen präsentiert haben, der auch hier schon zu Gast war und von einem jungen Halb-Schweden, Halb-Afrikanern erzählt, der sozusagen seine Heimat nicht kennt und in die Heimat zurückkehrt und dort eigentlich seine zweite Heimat irgendwie überhaupt erstmal entdeckt. Das ist ein Thema, was wir auch schon in The Wedding Ring irgendwie haben und ein Thema, was immer wieder in den Filmen, in afrikanischen Filmen auch thematisiert wird. Wir haben drei Filme aus Nordafrika. Wir haben aus dem portugiesisch-sprachigen Afrika von Elisino Acevedo Convoy de Sal e Asuka. Wir haben, wie in jedem Jahr auch immer, Filme, die starke Frauen thematisieren. Zum einen der Dokumentarfilm Mama Kolonel und auch in Félicité steht eigentlich die Hauptperson, ist auch eine sehr starke Frau, die versucht irgendwie ihr Leben zu meistern. Soweit wenigstens ein kurzer Überblick über die Filme. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir haben dieses Jahr wieder zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist die retrospektive MedHondo, die uns auch sehr am Herzen liegt. MedHondo sollte eigentlich kommen, aber leider aus gesundheitlichen Gründen kann er nicht dabei sein. Wir haben im Laufe der Jahre immer wieder Filme von ihm gezeigt. Er war auch häufiger zu Gast hier. Er gehört zu der ersten Generation von Filmemachern, neben Ousmane Simbene, die das afrikanische Kino sozusagen mitgegründet und sehr stark auch geprägt haben. Er wurde in Mauretanien geboren, kam schon in relativ jungen Jahren nach Frankreich, arbeitet dort zunächst in verschiedenen Gelegenheitsjobs und kam dann über das Theater zum Film. Genau, Soléot war dann sein erster großer Spielfilm, mit dem er bekannt geworden ist. Und der thematisiert die Erfahrungen eines afrikanischen Einwanderers, der mit sehr vielen Unwegsamkeiten konfrontiert wird und ist auch sozusagen eine Attacke auf den Neokolonianismus. Seine Werke sind gerade dabei, wiederentdeckt zu werden. Es gab im letzten Jahr mehrere Retrospektiven oder Werkschauen zu seinem Werk, unter anderem in Bologna und eben in Berlin beim Arsenalfilminstitut. Der Anlass war eben die Restaurierung dieses ersten Erstlingswerkes Soléot, der auch letztes Jahr die Cannes Classics eröffnet hat. Der Film wurde eben neu restauriert und ist ein Teil eines größeren Restaurierungsprojektes, das Afrika Film Heritage Project, das das Filmarchiv in Bologna gemeinsam mit der World Cinema, dem Filmprojekt und der Filmfoundation, das ist eine Stiftung, die mit initiiert worden ist von Martin Scorsese und die eben das Filmerbe sozusagen bewahren soll, ins Leben gerufen worden ist und die in den nächsten Jahren so an die 50 afrikanische Klassiker restaurieren will und wieder dem Publikum zugänglich machen will. Das ist ein Projekt, was wir eigentlich mit viel Freude verfolgen, da wir eben einerseits ja selber auch versuchen, immer wieder Filmklassiker hier zu zeigen. Sowohl im Festival als auch natürlich unsere Aufgabe als Filmmuseum ja auch sozusagen den Klassikern verpflichtet ist und wir immer wissen, wie schwierig oft die Beschaffung von Filmen ist, gerade eben bei den afrikanischen Filmklassikern. Und deswegen ist eben diese Reihe mit Hondo auch sozusagen eine Reihe, die uns sehr stark am Herzen gelegen hat und das möchte ich gerne sozusagen weitergeben und ihnen sagen, bitte nutzen Sie die Gelegenheit sozusagen, die Filme zu sehen, weil genau viele Filme haben wir jetzt aus Archiven aus Amerika und anderswo hergeholt und es ist sozusagen eine einmalige Gelegenheit, die Filme von mit Hondo zu sehen. Ein weiterer Schwerpunkt des Festivals ist Afrika Utopia, sozusagen das Motto unseres Festivals. Das ist das Thema der Podiumsdiskussion und eben auch der Titel des Buches Afrotopia von Felwin Saar. Der Bruder von Salio Saar, den wir letztes Jahr hier mit dem Film Live Sarabai illegal hier hatten. Felwin Saar ist ein galesischer Wirtschaftswissenschaftler und Mitbegründer gemeinsam mit Achille Bembe, der Ateliers de la Ponce, der Werkstätten des Denkens in Dakar. Er hat mit seinem Buch im Furore gemacht und er fordert eben, dass Afrika seinen eigenen Weg findet, in die Moderne findet und sein eigenes Modell des Denkens entwickelt und eben nicht den westlichen oder anderen Modellen nacheifern soll. Wir greifen dieses Thema auch so ein bisschen oder versuchen es auch in unseren Filmen aufzugreifen. Wir zeigen einen Dokumentalfilm über Chemtiju, über Chaik Antadjob, der auch ein Vordenker war, ein Wissenschaftler in sehr vielen Bereichen und insbesondere auch über die Entstehungsgeschichte der afrikanischen Kultur geforscht hat. Und genau, der Film hat den Hauptpreis, also den Dokumentarhauptfilmpreis des Fesbako Film Festivals gewonnen und kann ich Ihnen auch nur sehr ans Herz legen. Und der Film des heutigen Abends passt natürlich auch hervorragend sozusagen zu dem Thema. Und genau, dann komme ich zu dem Gast unseres Abends und dem heutigen Film, Sylvester Amoussou, den ich hier nochmal ganz herzlich begrüßen möchte. Sylvester Amoussou stammt aus Benin, lebt aber auch schon seit sehr vielen Jahren in Frankreich. Er hat auch ein wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Studium begonnen und dann Mitte der 80er Jahre jedoch auf die Schauspielerei umgeschwenkt. Er hat dann auch erst als Schauspieler im Theater gearbeitet und auch bei Kino- und Fernsehfilmen. Und es waren aber oft Rollen, die eher ein negatives Bild von Afrikanern und auch des afrikanischen Kontinents gezeigt haben. Und deswegen hat er sich dann entschlossen, in die Regie und sozusagen hinter die Kamera zu wechseln. Und seit 1999 macht er eben selber auch Filme, hat zuerst Kurzfilme gedreht und dann mit seinem ersten Spielfilm Afrika Paradis gleich internationale Aufmerksamkeit erregt. Wir haben den Film damals hier auch im Festival gezeigt und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich den Film damals das erste Mal in Wagadougou auf dem Filmfestival gesehen habe. Und ich war einfach überwältigt von sobald das Kino war, proppevoll, also es brach wirklich aus den Nähten. Und es waren unheimlich viele begeisterte Afrikaner, die diesem Film gefolgt haben. Er erzählt von einem Europa, das von ökonomischen Krisen zerrüttet ist und viele zur Flucht ins vergleichsweise paradiesisch anmutet Afrika schreibt. Also er dreht sozusagen diese ganzen Paradigmen um und zeigt ein umgekehrtes Bild. Und das kam ihm sehr gut an. Sein zweiter Film war Un Pas en Avant, in dem es um Korruption geht und jetzt eben sein aktueller Film, L'Orage Afrika. Er ist selber eben auch Schauspieler, spielt in allen seinen Filmen auch selber mit. Und hier spielt er einen Präsidenten eines fiktiven afrikanischen Landes, der beschließt, die Rohstoffe seines Landes nicht länger von westlichen Konzernen ausblüllen zu lassen, sondern selber unter Kontrolle zu stellen und eben zu nationalisieren. Und der Film gewann bei dem Festboko-Festival in Bogadougou den silbernen Hengst, also den zweiten Preis. Und genau, ich freue mich, dass wir ihn heute Abend hier als Eröffnungsfilm zeigen werden. Applaus Bonsoir. Vielen Dank für mich hier. Ich weiß, dass viele Menschen hier den Afrika-Paradies schon gesehen haben. Das ist mein 3. langes Film. Ich glaube, ich habe nichts zu sagen, denn ihr seht den Film. Dann werden wir uns diskutieren. Danke. Ja, ein ganz großer Dank. Ich wollte ja vor dem Film nicht viel sagen. Sie werden ja jetzt gleich meinen dritten Spielfilm sehen. Nach dem Film können wir dann in die Diskussion einsteigen. Viel Vergnügen. Ich möchte mal ganz herzlich Silvestre Amosu hier begrüßen und freue mich, dass er gekommen ist. Ich würde mit einer Frage anfangen. Wir hatten ja schon über das Thema bis in unseres Festivals geredet. Es ist natürlich Afrika-Utopie. Der Film zeigt eine Utopie natürlich auch mit sehr vielen realen Elementen. oder sehr viel Realität steckt in dem Film drin. Vielleicht, was waren Ihnen so die wichtigsten Punkte, die Sie mit diesem Film darstellen wollten? Vielen Dank. Ja, erst mal guten Abend. Also dieser Film, den habe ich nicht von heute auf morgen konzipiert, sondern das hat also schon ein paar Jahre in Anspruch genommen. Es war ja auch so, ich habe in Europa gelebt und dieses dann in Europa leben und auf Afrika blicken oder diese innere Zerrissenheit, um die zu assimilieren. Das hat also einige Zeit gedauert. Also meine Ausgangsfrage war ja die, wie kommt es, dass der Rest der Welt sich dahingehend verständigt hat? Also Afrika als den armen Kontinent anzusehen, wenngleich er doch immense Reichtümer birgt. Und das ist von daher, dass ich meine eigenen Recherchen habe, um zu verstehen, warum Afrika riecht in dem Boden ist und wie es beginnt, dass Afrika pauvre ist. Ja, und dann habe ich also meine ganzen Recherchen angefangen und ich habe mich gefragt, ja wie kommt es, also so unterirdisch ist Afrika, dieses Land mit den immensen Reichtümern. Und sobald es also überirdisch geht, dann wird es immer, also je weiter über der Erde, desto ärmer. Und das ist von daher, dass ich gesehen habe, dass die Afrika nicht pein war, aber dass wir die Afrika pauvre haben. Ja, und bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass Afrika also nicht arm an und für sich ist, sondern arm gemacht wird. Ja, und die westlichen Medien, die haben dann so einen ganz großen Anteil daran, an dieser Armmachung Afrikas, durch die Art, wie sie Afrika zeigen. Ja, und bei meinen Recherchen, also es gibt da, Akten, also die kann man ganz offiziell und problemlos einsehen. Dann gibt es welche, die sind also schon halb geheim und dann gibt es auch welche, die sehr schwer zugänglich sind. Und ich wollte, also im Laufe meiner Recherchen, habe ich also auch festgestellt, wie Afrika, also oder wie Europa auch auf dem Rücken Afrikas, also so zu diesen Verbreitung von Unwahrheiten, Halbwahrheiten über Afrika beiträgt. Ich möchte aber auch ganz klar und deutlich sagen, dass was ich mit diesem Film auf jeden Fall vermeiden wollte und was nicht in meiner Absicht lag, Europäer und Afrikaner gegenüberzustellen und zu konfrontieren. Aber es ist ein Film, der denunst die Oligarchie occidentale und die afrikanischen Potentaten. Allerdings ging es mir in diesem Film darum, die europäischen Oligarchen zu denunzieren und die afrikanischen Potentaten. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, die Europäer und das europäische Volk weiß ja gar nichts von diesen Machenschaften zwischen den Oligarchen und den Potentaten. Ja, und umgekehrt gilt das Gleiche für die Afrikaner. Also, es ist ein Film, der für die Afrikaner ist, die die Afrikaner füllen, die Afrikaner füllen und die Afrikaner für die Afrikaner kommen in Europa. Die Afrikaner ist, dass ein Afrikaner ist, wie ein Afrikaner ist, wie eine Mouche ist, wie eine Mouche ist, und es gibt, dass wir nicht mehr sagen, dass die Afrikaner nicht mehr sagen, dass die Afrikaner sind. Und das ist das, was mir schreckt. Und das ist die Afrikaner, die mich auf den Film gezeigt hat. Und ich habe ihn mit der Afrikaner, die mich charakterisiert. Und die Gefahr, die ich habe, habe ich mich sehr involviert in diesem Prozess, weil ich gesehen habe, dass mein Kontinent ist, dass mein Kontinent rich ist, dass wir die Afrikaner sind und dass wir wollen. Ja, und ich habe also mit Herzblut, auch mit einer immensen Wut mich in diesen Film eingebracht. Und wenn man einfach, also wie gesagt, denken Sie nochmal an die Potentaten und die Oligarchen und dieses unglückselige Zusammenspiel. und wenn Sie dann das zu den Bildern von den Migranten, von den Flüchtlingen auf dem Mittelmeer einfach mal in eine Relation setzen und wo ja mittlerweile so Afrikaner wie die Fliegen sterben und dieses alles muss man ja auch bedenken. Und deswegen habe ich mich also auch in diesen Film so eingebracht. Ja, und bevor ich diesen Film gemacht habe, habe ich also wirklich lang und ausgiebig in Afrika recherchiert, habe auch geguckt, was in der Diaspora los ist, weil ich einfach das Ganze mehr und besser verstehen wollte. C'est pour ça que quand j'ai amené ce Film dans quelques pays d'Afrika, ça a été vraiment un véritable Triumph, parce que les gens se sont reconnu à travers ce que je dis, parce que je les ai écouté, ils m'ont dit, enfin quelqu'un qui parle vraiment en notre nom. Ja, und der Film ist ja mittlerweile also auch in vielen afrikanischen Ländern zirkuliert und es sind die Leute, also immer mehr, also nach dem Film sind viele zu mir gekommen und haben gesagt, ja, das ist ein Film, der uns anspricht, weil da werden die Dinge angesprochen, die uns auf den Nägeln brennen. Ja, und was die Europäer anbelangt, die diesen Film gesehen haben, also da gibt es welche, also die sind sehr überrascht, wundern sich. Ja, und dann gibt es andere, also die sind also angenehm, also sehr angetan von dem Film. Wieder andere, also die fühlen sich persönlich angegriffen durch diesen Film. Ja, und wie gesagt, nichts lag mir ferner, als irgendwen oder irgendjemanden anzugreifen. Ich wollte mit dem Film Zeugnis ablegen und wollte vor allem also dieser Frage, also dass dann irgendwann morgen oder nächste Generation dann kommt, ja, und was war mit euch, warum habt ihr darüber nichts geredet? Also ich wollte das einfach auch dokumentieren und Zeugnis ablegen. Ja, und was man sich hier vielleicht gar nicht so vorstellen kann, also die afrikanische Jugend, die ist also sehr wohl informiert, also über die ganzen modernen Medien und Technologien. Und die haben einfach, also die sind satt, die wollen nicht mehr so weiterleben. Und wenn wir uns hier nicht propagieren, keine Worte, keine Politik, kann uns diese Jeunesse stoppen, weil unsere Familie ein Punkt ist. Ja, und wenn man jetzt da nicht aufpasst und genauer hinseht und gegensteuert, dann kann also schon das Ganze übel enden, denn ein leerer Magen, also der kann nicht auf, und auch Verzweiflung kann nicht durch Waffen oder auch Überreden aufgehalten werden. Ja, ich will ja auch jetzt hier kein Monopol, also immer nur die ganze Zeit reden. Sie haben ja auch die Gelegenheit, ich möchte Ihnen ja auch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und damit wir hier in ein Gespräch kommen. Ich will keine Frage stellen, nur ein kurzes Statement. Wenn ich so gut reden könnte wie Silvestre Ransou, hätte ich genau dieselbe Rede gehalten. Und zwar aus meiner Erfahrung, ich mache seit über 30 Jahren Dokumentarfilme, manchmal fürs Fernsehen, früher öfters fürs Fernsehen. inzwischen ist da das wenige Interesse auch noch geschwunden. Insofern recherchiere ich, aber ich habe hinter mir gehört, so ein leichtes Naserümpfen, der Film sei so künstlich, die Europäer seien so falsch dargestellt, die Afrikaner auch. Aber aus meiner Erfahrung, und ich habe einige Filme in Afrika gedreht, in Ruanda, im Kongo, in Angola, sind alle Elemente in diesem Film extrem authentisch, außer einem Element, das ist das Happy End. Das ist reine Fiktion. Wenn man seinen Hund umbringen will, dann sagt man, man hat die Tollwut. Ja, und ich bin jemand dazu, ich mache das, was zu machen ist. Ja, und ich kenne das ganze Gerede ja, also schon seit meinem ersten Spielfilm, Afrika Paradis, in dem ich ja schon versucht habe, so die Rollen umzukehren und um einfach als eine andere Sichtweise zu ermöglichen und so der Frage nachzugehen, was wäre, wenn Sie jetzt in die Rolle Ihres Gegenübers oder des anderen schlüpfen würden, wie würden Sie da reagieren? Ja, und es ist ja so, manche wollen es ja nicht glauben, aber es gibt auch Europäer, die heute nach Afrika auswandern, um dort Arbeit zu suchen. Ja, und es ist wahr, dass die Menschen, die Menschen, weil wir nicht die Überschritte, die ich mache, und der Film ist oft finanziert, in großartig von Europa, also wollen wir versuchen, zu halten die Afrikäne auf dem Folkloor. Wir müssen dansen, wir müssen die Drogue verfolgen, wir müssen so, wie, das. Und wenn wir ein Thema Ich möchte dir auch noch zu bedenken geben, wenn man sich die ganze Filmförderung, Filmfinanzierung anschaut, dann ist es ja so, dass die immer noch weitgehend von Europa aus geschieht. Das heißt aber auch, dass wir Afrikaner dann immer aus europäischer Sicht oder mit europäischen Augen dargestellt werden und wenn man dann aber so wie ich und ich habe also wirklich großen Wert darauf gelegt, so den Film vom afrikanischen Standpunkt her zu drehen, also dann hat man es einfach schwerer. Mais comme c'est un peu superficiel, je travaille à doubler le film dans toutes les langues les plus parlées dans chaque pays africain, pour que les gens au fait fond des villages, qui regardent ce qui est, peut-être superficiel. Ja, und mir geht es also auch darum, so meine Sichtweise in Afrika zu verbreiten und daher scheue ich also auch keine Mühen, dass die Übersetzung oder die Synchronisierung in möglichst viele afrikanische Sprachen zu machen, sodass also der Film also auch in die letzten Dörfer ganz tief in Afrika kommt. Ja, hallo. Also ich fand den Film sehr gut und es ist ja kein Dokumentarfilm, sondern ich erwarte ja schon in so einem fiktiven Film, dass gewisse Charakterzüge überspitzt sind. Von daher, es waren 90 Minuten Zeit, in den 90 Minuten fand ich, war es ein guter Überblick, ein guter Umriss und die überspitzten Charakteren waren natürlich repräsentativ. Was man auch in dem Film gesehen hat und das fand ich auch sehr interessant, ist eben auch dieser menschliche Charakterzug. Das heißt, es hat Fälle gegeben, wo man auch gesehen hat, dass individuelle Interessen dann letztendlich dann doch, ja, die Überhand gewonnen haben und das ist leider auch Realität. Ja, ich möchte ja also den Afrikanern keinen Persilstein ausstellen und sie von jeder Kritik ausnehmen. Es muss ja auch, und vielleicht ist das ja auch in dem Film rausgekommen, gesagt werden, dass wir also auch Komplizen dieses Systems sind, wir uns da auch mit reinziehen lassen und mitmachen. Ja, und vielleicht erinnern Sie sich ja an diesen Satz, wo Madame Afrik sagte, ja, also, der Schwarze oder Schwarze haben ihre persönlichen Interessen und die stehen oft über dem Allgemeinwohl. Ja, und Geldgier ist also weder typisch afrikanisch noch typisch europäisch. Ja, und Geldgier ist auch. Ja, und Geldgier ist auch. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Und wir machen, weil wir alle, weil es ein enormes Veränderungen ist, weil es ein Veränderungen ist, in Afrika. Aber die Autorität nicht sehen, dass das nicht sehen, niemand wird. Wir sind da. Wir haben den Film, in vielen Fällen in Afrika. Und ich habe einen Gespräch mit den Jungen. Und wenn wir nicht gaffeln, können wir sagen, dass wir morgen werden, dass die Afrika Terroristen sind. Aber Terroristen, das bedeutet, was? Erstens, die Afrika nicht produziert. Wir haben nicht die Afrika. Wie macht es das, dass die Afrika nicht in unserem Kontinent wie das? Das sind die Fragen, die die Jungen mir gestellt haben. Also es ist ja so, ich habe ja den Film in vielen afrikanischen Ländern gezeigt, habe also auch viel mit Jugendlichen geredet. Und die Jugend ist ja auch so die neue Hoffnung Afrikas. die Politiker, die haben das noch gar nicht so richtig gemerkt, weil die Jugend, also die stellen schon die Fragen, die man sich heute stellen sollte. Und wenn man jetzt also bei diesen ganzen Vorstellungen, die so über Afrika produziert werden, dann wird es wahrscheinlich morgen heißen, ja und dann sind es die Terroristen. und dann geht einfach dieser Diskurs halt weiter. Sylvester, wie reagieren die Schauspieler und die ganzen Statisten, die in dem Film mitgemacht haben, wie reagieren die auf die Thematik, die sie in dem Film angeschnitten haben? Das ist das, was ich gesagt habe. Und es muss nicht vergessen, dass, als ich dieses Thema wollte, hat mich niemand gesagt, nein, n'importe was. Und du exagere mich. Meine Co-Auteure sind des Français blancs. Ja, was vielleicht, also am Anfang, als ich so am Anfang des Drehbuchs oder der Idee zum Film stand, dann haben ja alle gesagt, ach, hab dich doch nicht so, du übertreibst maßlos. Und was vielleicht auch gar nicht so klar war, also meine Co-Produzenten, das sind also weiße Franzosen. Wenn ich das Thema diskutiert habe und mit meinen Co-Auteure habe ich angefangen zu diskutieren, dann haben sie gesagt, nein. Und ich habe gesagt, ach, 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 ach. Und sie haben selbst recherchiert. Und es ist da, dass sie auf die Dinge geschlossen sind. Und sie haben gesagt, das ist nicht möglich. Das ist unglaublich. Ja, und am Anfang waren die, also meine Co-Produzenten, die waren dann so noch etwas ungläubig. Ja, auch so nach dem Motto, du übertreibst. Und dann habe ich gesagt, ja, dann guckt doch mal selber, macht eure eigenen Recherchen. Und dann haben sie also auch unglaubliche Dinge entdeckt, die sie sich vorher gar nicht vorstellen konnten. Und ja, dann war es dann so. Ja, und es ist ja so, als so ein Schauspieler, der achtet auf eine gute Rolle. Also das kann ein Verbrecher, das kann ein Mörder sein. Also wenn die Rolle gut geschrieben, gut gestaltet ist, dann macht er mit und übernimmt sie. Dann gab es aber, und das hätte ich mir auch gar nicht vorstellen können, also wegen relativ harmloser Dinge, doch große Kritik. Ja, und dieses Bild, was hinter dem Präsidenten hing. Ja, und das hatte derart große Konsequenzen, dass also die Drehbuchschreiberin, die also für diese ganze Geschichte verantwortlich waren, die musste ich also entlassen. Ja, und man kennt das ja, also es gibt so Bilder, also wo die dann die Schwarzen irgendeinen Weißen tragen und dann irgendwie so Lautmalereien von sich geben. Ja, und dann, wenn aber jetzt so die Weißen auf die Knie gehen und ja so den Präsidenten um etwas bitten, dann wird es problematisch. Ja, und da ich aber jemand bin, der sich nicht so leicht durch nichts abstrecken lässt, bin ich dann doch auch da durchgegangen und habe das also durchgezogen. Ja, und der Film ist also auch in den französischen Kilos gelaufen und was mich ja dann doch überrascht hat. Also, da ging es um die Presse, die sich also um die internationalen Filme, also um die internationale Filmkritik, also einfach die internationale Filmkritik. Ich habe einen sehr guten Papier in Télérama, zum Beispiel in den Monde, im Journal des Dimanches, aber die sogenannten Kritik-Cinéminen, nur für die Afrikke-Cinéminen, die sind in der Afrikke-Cinéminen, in der Afrikke-Cinéminen, sie haben nicht mehr. Also, überraschend war dann schon, dass so Télérama, Le Monde, also die haben dann schon eher hymnische Kritiken geschrieben. Weniger gut weg kam der Film bei den sogenannten Spezialisten des afrikanischen Films. Also, die waren da nicht sonderlich begeistert. Ja, also nichtsdestotrotz, der Film zirkuliert also in den Kinos. Ab nächster Woche kommt er also auch als, man muss also schon was teilen, auf Vimeo. Und ja, er zirkuliert. Ja, und was mich natürlich sehr gefreut hat, war also auf der Saison. Die Liste der Cäsaren kam allerdings jetzt nicht in die Endausscheidung, hat auch keinen, jetzt die Trophäe nicht bekommen, aber nichtsdestotrotz war ich ja froh, dass es soweit geschafft hat. Also, vielen Dank für den Film. Ich fand ihn, wie mein Vorredner vorhin, auch sehr realistisch bis auf das Ende. Ich habe die letzten Wahlen in Benin verfolgt und das, was inzwischen passiert ist und habe den Eindruck, dass da sehr viel Hoffnungslosigkeit herrscht. Ich unterrichte junge Leute und meine Frage an sie ist, das Ende von dem Film ist vielleicht unrealistisch, optimistisch, aber ich suche nach Antworten. Wo ist die Hoffnung, also was ist zu tun, was kann ich meinen Schülern sagen, wo geht es lang, also wo ist ein Weg, was können sie tun oder ja, was können sie machen. Sie haben auch erzählt von den jungen Leuten, die in Afrika auf ihren Film mit Fragen reagiert haben. Vielleicht gibt es auch da einen Ansatz. Merci. Ja, also es ist ja so, bei dieser Art von Filmen, die enden ja so, dass der afrikanische Präsident dann immer umgebracht wird. Ja, und wie gesagt, Sie kennen ja sicherlich Lumumba, Sankara und all die anderen, die getötet worden sind. Und heute, also sollte jetzt wieder einer getötet werden, dann stehen aber schon mindestens zehn wieder parat. Also das ist nicht so einfach, umzubringen und zu beseitigen. Ja, was aber sehr tragisch ist, ist ein großes Manko. Die afrikanischen Präsidenten, die reden ja nicht mit ihrem Volk. Und deshalb können Sie dann auch nicht für das Volk reden. Und Sie waren ja jetzt in Benin und haben Sie ja dann sicherlich auch mitbekommen, dass trotz aller Schwierigkeiten das Land ein demokratisches Land ist. Ja, und der Handlungsspielraum eines Präsidenten, also jetzt der Fall von Benin. Also wenn das Geld ja nicht im eigenen Land gedruckt wird und er dann zu hören bekommt, also wenn er Reformen oder Veränderungen anstrebt. Ja, wenn du das machst, dann wird dann der Beamte nicht mehr bezahlt. Ja, und wie gesagt, also durch dieses Beispiel haben Sie ja gesehen, wie das so normal oder bislang gehandhabt. Wir lassen uns aber davon nicht einschüchtern, vielleicht, und es wird ja in einigen Ländern schon praktiziert, können wir auch zu einer Tauschwirtschaft kommen. Und ich gehöre zu einer Gruppe, wie heißt das? Urgenz Pan-Afrikanismus. Ja, und ich gehöre also einer Gruppe an, die heißt also so jetzt wirklich, also pan-afrikanische Dringlichkeit, also so auch Notmaßnahmen. Und es ist ja so, was immer also auch kommen mag, es geht ja darum, unseren Kindern einfach eine bessere Zukunft oder einfach bessere Chancen zu bieten. Und voilà. Félicitations, Silvestre. Also mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich denke auch, also ich meine auch, dass er realistisch ist und man kann sagen, das Ende ist ein Happy End. Aber andererseits, erst mal zu dem Realistischen, was ich sehr gut finde, was nicht oft in den Filmen so klar rauskommt, ist die Beschreibung des Systems des Franca Frick. Das ist sehr deutlich geworden, ja. Denn das ganze System, natürlich sind da einzelne Personen mit drin, man hat diese Journalistin gesehen, die ganz tapfer war und so weiter, ne. Aber das System ist ja so stabil und funktioniert so gut seit der sogenannten Unabhängigkeit, dass es nötig ist, heute noch so einen Film zu zeigen und darüber aufzuklären. Das funktioniert immer noch. Natürlich funktioniert es auch mit der Korruption dort, aber die hat ja auch ein System. Also ich wollte nur sagen, ich finde das Ende insofern eigentlich vielleicht unrealistisch, aber trotzdem schön, weil Sie als Präsident einen guten Präsidenten gespielt haben und ich glaube, Sie waren auch in der Rolle, haben Sie sich sehr wohl gefühlt. Auf jeden Fall strahlen Sie das aus. Und auch das könnte in diesem Sinne eine Aussage sein, ja, die da nicht nur... Präsident der Fiktion. Ja, also es war ja nur ein fiktiver Präsident. Ja, aber man hat gesehen, dass er ihn gerne gespielt hat und vielleicht das auch ein Vorbild sein könnte. Ja, es war ja meine Rolle. Ja, 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 ja. Keinhalb chaos. Ja, danke. Es war ja, es ist ein System und Alimenta ist ein System und zu dem Einheimischen System nutt. Donc, qu'est-ce qui va se passer si la jeunesse africaine ne prend pas son destin en main rien ne changera Mais les choses sont en train de bouger Moi je peux vous rassurer, les choses bougent Moi, je donne un exemple Je suis allé En France, il y a un jeune président qui est arrivé, qui est Macron Macron a été On a eu tout l'espoir On a dit, bon, Macron va faire quelque chose de bien Enfin, on n'est pas naïve Parce que les politiques, autant qu'ils soient de droite, de gauche, de centre Parce que moi j'ai eu l'occasion de connaître Mitterrand J'ai connu Chirac, j'ai connu Sarkozy Hollande et Macron Donc je connais la politique française Je la connais très très bien Also, c'est ja so Diese ganze France-Afrique, c'est un système schon un gut geschmiertes Aber, je vous assure Et, comme je disais Ça, c'est comme ça C'est tout un shopping C'est un plan Où ça Il s'agit de la scène Si on a un andsted Et ça est bien Mais je disais Les jeunes Je ne suis pas Non sont le bereit Mais je disais Elle ne suis pas Ce ne serait pas Pour qu'il y ait Je peux Je peux Je peux Je peux Je peux Plâcher Je ne suis Mitterrand Chirac Et Je peux Je peux C'est 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 Je peux Macron En Afrique Je vais C'est Le Burkina. Donc, il a parlé à la jeunesse parce qu'il dit qu'il n'est pas au courant, il n'est pas concerné directement par la France-Afrique. Mais malheureusement, tous les gestes qu'il a faits le ramènent à la France-Afrique. Parce que les gens ont mal vécu et même moi, j'ai mal vécu le fait qu'ils parlent à un chef d'État. Ce n'est pas un individu. Le président, il représente un peuple. Même si vous êtes copain, vous êtes quoi quoi, vous ne pouvez pas parler mal ou humilié et même taper comme ça. Chez nous, ça ne se fait pas. Parler comme ça à un papa, un chef de famille qui représente le pays, ça, ça a été quelque chose qui nous a choqués. Et ensuite, dès qu'il est parti, moi, je suis retourné dans la même université avec l'orage africain il n'y a pas longtemps, avec les étudiants. J'ai filmé tout et on a fait le débat après le film. Oui, et c'est ça. Et Macron, il est en Burkina Faso et il voulait s'il y a aussi comme un fan de France-Afrique d'arrivée et un autre de l'arrivée. Et puis, il est mais aussi dans les anciens mécanismes, aussi un très paternaliste de l'umbre, de l'umbre, de l'umbre, de l'umbre, de l'umbre, dem Präsidenten nicht so ohne weiteres, also diese Vertraulichkeit gab es ja einfach, dann hat er ihnen einfach so hinter dem Ohr so ein paar Klapse gegeben und ich habe dann diesen ganzen seinen Auftritt an der Uni gefilmt und habe dann später mit den Studenten darüber diskutiert. Und das, ich möchte das von mir, weil auch wenn Macron eine will, die France weiß sehr gut und das ist die Wahrheit. Und die Afrikäns beginnen zu wissen, dass wir, die Afrikäne, die Afrikäne, die Afrikäne wäre die 25e der Welt. Und das ist die Wahrheit. Weil, die Afrikäns sind, die Afrikäns sind. Und das ist die Frage, die Afrikäns sind, die Afrikäns sind. Der Telefon und der Kortan sind, die Afrikäns sind. Ich habe wirklich gearbeitet über diese Themen, aber das kann nicht länger dauern. Die Afrikäns sind jetzt aufgewachsen und wir werden sich gebeten, même si nous devons mourir chacun, pour que nos enfants puissent vivre mieux demain, on le fera. Ça c'est clair. Voilà. Ja, und was diese France-Afrique angeht, also ohne den Reichtum Afrikas, dann wäre Frankreich, ja, also wenn man das einfach so bei dem Ranking der wirtschaftlichen Macht, wäre es wahrscheinlich so auf dem 25. Platz oder auch noch ein bisschen weiter. Unten, denn, wenn Sie sich mal überlegen, das Koltan für die Handys, wo kommt es her aus Afrika? Qu'est-ce qu'il y avait encore de matière... Ja, also alles, das, was ja auch in dem Film schon angesprochen worden ist, also das kommt ja alles aus Afrika. Voilà, bon, je ne veux pas dire des choses pour me fâcher ce soir. Donc, on va continuer, on continue, parce que, voilà, si il y a d'autres questions... Also, gibt es vielleicht noch ein paar andere Fragen, weil ich will also nicht so über diese... Mich heute Abend noch viel ärgern und diese ganzen Themen da anschneiden. Okay, merci. Und merci a vous pour, justement, ce travail de clarification, parce que pour nous les jeunes ici, qui ont grandi en Europe, ich kann auch Deutsch, ne? Also, ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Aufklärung, weil für uns junge Afrikaner in Europa, es ist immer wieder schwierig bzw. schockierend gewesen, seinen besten Freunden nochmal nahe zu bringen bzw. zu erklären, was das alles mit einem gemacht hat und aus welcher Situation man da ist und bzw. welche Zustände halt irgendwie noch in der Heimat herrschen. Und dann ist es für uns, also es ist schwierig, wenn du ausgelacht wirst bzw. wenn man sagt, nee, das kann doch nicht sein, wie, die Leute werden bezahlt und dann gibt es gemetzelt einfach so, nee, das kann doch nicht sein, das wert des Lebens, der Mensch, wie heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar und man zitiert ja alle möglichen moralischen Sachen und es ist irgendwie schwer, gegen sowas anzukämpfen, wenn man aber das Gefühl hat, wieso gibt es dieses Missverständnis zwischen dieser Misskommunikation und ein anderer Trieb treibt einen auch irgendwie nach vorne, weil man hat einfach einen komplett anderen Bezug, vor allem zum Beispiel heute Mittag hatte ich auch die Diskussion, dass wir über Geld irgendwie geredet haben, dass der Wert von Geld irgendwie den Menschen, also Menschenleben einfach so krass übersteigt in einem Verhältnis, dass es nicht normal ist. Was ist ein Leben, also wenn 200 Euro das Leben eines Menschen kaufen können, was man neun Monate lang brütet bzw. auch noch Hoffnungen reingesteckt hat, jahrzehntelange Arbeit und es wird einfach so mit einer Kugel beendet, das ist... Und dann sagt man, zeigt man mit dem Finger noch irgendwie so, Neger, 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 Entschuldigung, ich werde etwas emotional. Es ist schwierig, den Leuten wirklich so klarzustellen und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe irgendwie, dass sie weiterhin auch Erfolg haben in Zukunft. Meine Frage war... In der Verbindung, in der Entwicklung irgendwie habe ich auch nach eigenen Recherchen irgendwie auch gegen die Sklaverei in Libyen, ist mir im Nachhinein klar geworden, welche, was für Machenschaften dort zugange waren. Und jetzt finde ich die Verbindung zu dem Libyen-Problem irgendwie sehr präsent. Also die Erschaffung eines eigenen Geldsystems, die Privatisierung, war das irgendwie eine Inspiration für Sie? Ich denke, ich habe eine Idee, und ich habe gesprochen, weil es immer Geld macht, die Filme macht. Aber ich habe gesagt, 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 ich habe einen Film gemacht, wo alle emigrées d'Europe, die in Europa kommen, gehen zu ihnen. Alle. Und Europa wird sehen, wie sie können sie sich entwickeln. Ja. Ja, Sie wissen ja, also wenn man Filme machen will, braucht man ja immer Geld. Und als ich das mit Libyen und den Sklaven gesehen habe, da dachte ich, ja, eigentlich müsste ich ja einen Film machen, also wo alle Migranten aus Europa, aber alle, wirklich alle, sofort wieder in ihre Länder zurückkehren. Und dann würde man schon sehen, was das mit der europäischen Wirtschaft machen würde. Ja, und... Das ist eine Fiktion, weil ich weiß, dass jeder nicht so will, wie das. Aber ich sage, ich sage, dass wir uns mit dem Wissen haben, dass wir unser Land haben. Denn hier, für viele Menschen, es muss sagen, dass wir die Wahrheit haben. Excusez-moi, ich gehe zu Ende. Ich sage, ich sage, ich sage, dass wir das, was wir machen? Wir geben ihr Jeunesse an Europa. Wir leben in Europa. Und nach Ende des Finns, wir haben nicht die Möglichkeit, zu bezahlen, zu bezahlen. Und wir wollen nachdem, nach Afrika, nachdem wir uns befreundet, nachdem wir uns befreundet, nachdem wir uns befreundet. Und nachdem, nach�'orauste nach Europa wurden. Das alleine landet nicht zu bezahlen. Und nachdem, nachdem wir nichts bonix tun haben. Und nachdem man, dann wollen wir das Mohazuje leben in Europa zurückkehren. Und nachdem also reven industriez zur Welt, nachdem ich bin? хорош aluminium. ein bisschen Kraft, wenn ihr ein bisschen Wettbewerb habt, zurückzugehen, geben die Wettbewerb in Afrika und konstruieren die Afrika. Es ist nur so, dass ihr auch von der Diaspora, ihr könnt euch in unserem Kontinent beutelten sein. Also es ist ja so, wenn man sich in Europa mal anschaut, wo die Migranten arbeiten und was hier also alles zum Wohlergehen Europas tun, also dann braucht man sich noch mal die Altenheime anzuschauen, ohne Migranten würde da nichts laufen. Die Supermärkte sieht es ähnlich aus, Krankenhäuser. Also wenn man alle, die dann mal abziehen würde und wie gesagt, die Leute, die im Moment in diesen Berufen arbeiten, die wären vielleicht gar nicht so damit einverstanden. Das ist ja auch eine Fiktion, also ich will das einfach nur so im Geiste durchspielen. Aber wenn ich ihnen die Wahrheit sage und wenn sie sich jetzt wieder in diese Leute reinversetzen, also die lassen ihre Lebensenergie in Europa und wenn sie dann also nach dem harten, schlecht bezahlten Arbeitsleben also ziemlich ausgelaugt sind und dann vielleicht nach Afrika zurückkehren wollen, dann ist es ja auch zu spät. Ich sage immer also, wenn ihr wirklich was für Afrika tun wollt und euer Wissen und euer Können dort anbringen wollt, dann wartet nicht bis zur Rente, sondern macht es früher, wo ihr so ausgelaugt und verbraucht seid. Moi c'est juste une petite remarque. Il faudrait expliquer au public allemand le franc CFA, parce que c'est vraiment pas connu que la France tient la main sur la monnaie africaine. Ich kann es selber sagen, also ich wollte nochmal auf den Begriff France Afrique zurückkommen. Das ist ja ein politischer Begriff und der bezeichnet ein, man kann schon sagen, mafioses Netzwerk. Und dazu gehört auch die immer noch bestehende koloniale Währung der Franc CFA. Das weiß man nämlich hier kaum und in Europa. Und es gibt inzwischen in Paris, in Frankreich, eine ganze Bewegung zur Abschaffung endlich dieser kolonialen Währung. Die Währung wird kontrolliert durch die französische Zentralbank. Ja. Also, wie gesagt. Aber, je vais vous expliquer un tout petit peu. Le franc CFA, c'est une monnaie qui a été créée en 1945 pour les pays d'Afrique. Il y a 15 pays d'Afrique francophones, qui utilisent le franc CFA. Le franc CFA, c'est pas une monnaie. C'est un papier qui ne sert à rien. Also, es ist ja so, der Franc CFA wurde 1945 gegründet, ist gültig in etwa 15 afrikanischen Ländern. Allerdings, es sind also keine Münzen, sondern es sind also Papierwährungen. Mais qui permet à la France de vivre sur le dos des Africains. Und diese Währung erlaubt es Frankreich aber, ja, auf dem Rücken eben dieser Länder zu leben. Parce que cette monnaie est fabriquée en France à Chamalière. C'est une ville de l'Auvergne, de la France. Ja, und diese Währung wird also in Chamalière, also irgendwo in der Auvergne hergestellt. Et il y a une banque centrale en Afrique de l'Ouest, qui est la BCAO. Et il y a une banque en Afrique centrale, qui est la BEAC. Et il y a un représentant de la France dans toutes ces banques. Et quand nous voulons faire quelque chose, il est le seul à avoir le droit de veto. C'est-à-dire, si il dit non, vous ne pouvez pas faire ça, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire, si il dit non, il y a une banque en Afrique de l'Ouest, il y a une banque en Afrique de l'Ouest. Et de chance, il dit non, on ne connaît pas. Oui, mais c'est très pratique. C'est-à-dire que cette Währung est-à-dire à rien. Si on a de la banque en Afrique de l'Ouest, il y a une banque en Afrique de l'Ouest, il y a une banque en Afrique de l'Ouest. Il y a une banque en Afrique de l'Ouest. Pour être tranquille, on dit, franchement, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien chez nous. Il n'y a que le coton. Oui, et alors, je vais partir de mon pays, de l'Ouest, et on dit, oui, mais nous n'avons pas de l'Ouest ou de l'Ouest. Nous avons de la banque en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, le Bénin, c'est juste à côté du Nigeria, qui est la première puissance du pétrole en Afrique. C'est juste à côté, on a la frontière à côté, à côté. Oui, et Bénin et Nigeria, elles sont vraiment des pays en Afrique de l'Ouest. Et c'est très bon, Nigeria est l'un des plus de l'Ouest en Afrique de l'Ouest. Mais les pétroleurs de pétrole se sont arrêtés juste à notre frontière. Parce que nous, on n'a pas envie d'avoir beaucoup Haram chez nous. Oui, et nous n'avons vraiment pas envie d'avoir beaucoup Haram chez nous. Mais malgré ça, le peu de coton que nos pauvres paysans font, quand ils vendent ça à l'extérieur, il y a 50% de notre argent qui est bloqué au trésor public français. Oui, et si nos pauvres paysans, donc ces pauvres paysans qui nous produisent, on vendent sur le marché international et vendent, on vendent sur la banque de France, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a 50%, où sont-ils ? Et la même chose dans tous les pays d'Afrique francophone. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? La France va ramasser l'uranium, comme par hasard, au Niger. Mais, comme c'est la France qui fabrique le CFA, on fait une croix sur le papier, pour dire, voilà, on accrédit votre uranium qu'on vient de prendre. Et comme par hasard, au Mali, vous écoutez les informations. Vous savez que dans le nord du Mali, il y a une ville qui s'appelle Kidal. L'armée malienne n'a pas le droit d'aller là-bas. Je ne sais pas si il y a de l'or, l'uranium, et que des fois on voit que les soldats français, qui doivent se battre sur le terrain, ils sont en train de se battre en creusant le trou. En fin, je ne veux pas trop rentrer dans ça, parce que ce qui se passe est beaucoup trop dangereux, beaucoup plus cruel, et pour que on arrive. Mais, je pense que les Africains y voient, parce qu'il y a pas si longtemps, la semaine dernière, les jeunes maliens, ils se sont mobilisés pour décider d'aller devant l'ambassade de France, pour leur demander des comptes. Mais, la jeunesse africaine devient de plus en plus solidaire. Ça va aller. Je ne veux pas encore plus en 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 plus. C'est la semaine dernière, c'est un témoin de la voie, c'est une épreuve de l'amalienne, qui a fait une demonstration avant la france. Ils veulent savoir plus précisément, ce qui se passe. Et j'ai mis à la voie de l'amalienne. Moi, la seule chose que je vais vous dire ce soir, c'est que, sachez que l'Afrique, ce continent, est la mer nourricière de toute la planète. Sachez-le. Si on vous dit le contraire, c'est faux. La seule chose que nous, nous voulons, c'est que nos enfants vivent décemment en Afrique. Et s'ils veulent venir en vacances en Europe, dépenser leurs sous qui dépensent. Nous, on ne veut pas être riches pour vous appauvrir. On veut que vous vivez chez vous. Non, sérieux, sérieux, c'est très sérieux. Et on veut que vous vivez mieux. Parce que sinon, si vous êtes trop pauvre, vous risquez de venir tous encore chez nous là-bas. Et ce que nous voulons, c'est que tout le monde se promène et que tout le monde puisse être heureux chez soi. Et l'être humain a toujours voyagé. Mais je ne veux plus que les Africains se déplacent pour des raisons économiques et qu'on nous regarde de haut et qu'on nous méprise. Ça là, on en a assez. Donc, si j'ai fait un film comme ça, c'est surtout pour ça, pour dénoncer les choses qui ne vont pas. Ce n'est pas pour accuser ni qui que ce soit. C'est pour conscientiser, pour ouvrir les yeux pour les gens, pour qu'ils sachent un peu ce qui se passe. Et c'est tout mon combat. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai dit par rapport au film que je fais. Voilà. Ça, on a rassessant que je v'allais jure, comme c'est une grande pour l'afrikanisme, qu'ils puissent, qu'ils avaient besoin d'Afrique, pour discuter d'African. Je vends qu'ils puissent d'Afrique pour aller en France, pour tout cela, que les jeunes pour en France, Geld ausgeben und auch Geld ausgeben, dass der Wohlstand in Europa langfristig gesichert sein wird, denn stellen Sie sich vor, sollte Europa verarmen, könnte es ja auch sein, dass die Europäer dann nach Afrika, also gezwungen sind nach Afrika auszuwandern. Und was ich überhaupt nicht mag und was ja ich auch schon gesagt habe und was der Grund war, dass ich diesen Film und auch andere Filme gedreht habe, ich möchte ja und ich bin es einfach, ich habe die Schnauze gestrichen voll, einfach also immer so mitzubekommen, dass Afrikaner so von oben herab behandelt werden und ja, das möchte ich nicht mehr. – La frustration engendre, le désespoir, et le désespoir peut amener au crime. Maintenant, j'ai amené quelques films de ce que je fais. Il y a Un pas en avant et Afrika Paradis pour ceux qui veulent les avoir parce que nous sommes des réalisateurs indépendants, donc c'est tellement compliqué pour nous de faire des films. Donc, j'ai amené quelques DVD, si vous les voulez, à la sortie, vous pouvez les trouver. Und dann, wenn Sie von L'Orage-Africain sprechen wollen, Sie können den Film auf Vimeo sprechen, und L'Orage-Africain, der Film.com, auf Vimeo, und die Leute können ihn sehen. Das ist so, dass Sie mir helfen können, um zu machen, zu machen. Ich danke Ihnen. Sie können meine Arbeit ganz handfest und konkret unterstützen, afrikanische Filmemacher. Also, wenn ich das noch alles erzählen würde, das ist höchst kompliziert, das lassen wir jetzt. Aber ich habe jetzt ein paar DVD meiner früheren Filme mitgebracht, und wie ich ja schon bereits erwähnt habe, und die können Sie also draußen kaufen, mit nach Hause nehmen, also auch Ihren Freunden zeigen, und da können Sie mich also ganz konkret und handfest unterstützen. Und wie ich ja vorher schon erwähnt hatte, ist der Film, der jetzt gelaufen ist, Orage-Africain. Den kann man also ab nächster Woche auch auf Vimeo kaufen, also sich gegen eine Gebühr anschauen. Eh bien, je tiens à remercier l'interpreter, que je vous demande d'applaudir très, très fort. Et je remercie également les organisateurs, qui m'ont fait venir, et je vous demande de vous applaudir, vous aussi, pour m'avoir écouté. Ja, jetzt, wie gesagt, noch mal sehr der Rundum, Dank, also auch Dank an die Organisatoren, aber klatschen Sie sich auch selbst, dass Sie so lange ausgeharrt haben, um mir zuzuhören. Merci. Aber es gibt noch eine Frage, d'accord, ich vous explique. Ja, es gibt noch eine Frage da oben. Ja, es gibt noch zwei, drei Probleme, die sich zu stellen. Du hast gesagt, in deinem Film gesagt, dass, wenn die Europäen sprechen, quittent die Tangara, es gibt noch mehr die Arbeit für ihre Platz für ihre Arbeit, für ihre Arbeit funktionieren. Das ist ein Problem sehr wichtig. Wir müssen lernen, wir sagen, 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 sehr gut, wir sagen, 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 wir sagen L'ex-Rhodesie, le Zimbabwe. Donc, il faudrait absolument que nous apprennions vraiment d'une certaine manière l'avenir que si on se décide à prendre la relève, il faudrait qu'on soit préparé à ça. Et ce problème de monnaie, on en parlera par exemple à la table ronde, podium discussion à le Trois-Noirs. C'est un problème très sérieux et on ne peut pas débattre comme ça de façon légère, superficielle. Nous critiquons la France, mais nous ne sommes pas prêts à prendre la place de ceux que la France a fait chez nous quand ce pays se retire ou bien se fait retirer ses sociétés ou bien ses hommes. C'est là le problème important. Sinon, on retombe dans nos fautes. Ja, was ich ja noch sagen wollte... C'est important. Il faut être franc avec... Nous devons être franc avec nous-mêmes. Je suis d'accord avec vous. Il faut que je traduise au moins faire des résumés. Oui,z, alors c'est-à-dire, c'est-à-dire, ça s' hmà on a dit on- gehört Helen Sybaud, c'est-à-dire, c'est-à-dire , c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que j' sins-à-dire? C'est-à-dire que ce n'est-à-dire que la France... in der Industrie und so weiter. Das ist ein großer Modell. Ich will Ihnen sagen, Herr Bommel, es gibt Menschen, es gibt es nicht. Das ist das, was mir fehlt. Ich habe Freunde, die werden, die Afrik-Church, ich weiß nicht, ob Sie es kennenlernen, die werden alle Frauen, die Frauen, die Frauen, die hier haben, die große Studierenden, hier, und die werden in den Unternehmen, weil sie in Europa sind, und sie sind gut formiert. Und sie sind in Afrika. Und sie sind in Afrika. Aber es ist, dass es keine Probleme von Strukturen gibt. Wie Sie sagen, es gibt auch immer von Economisten, wie Prof. Nikola Akgourou, die haben gearbeitet, die Mamadou Koulibaly, die Economisten, die auch schon gesehen haben, auch Kakou Nabuko, der Ex-Ministre des Togos, wenn die Menschen sprechen, von der Zeit gewinnen 아ge das Problemس, die vor allem, der sich und die Menschen auswählte, und ich habe das Video gemacht. aus dem Film, in dem Film, ich behenlich, ich sage, dass wir uns in diesem Film einigen, Er hat studiert, ihr habt ihr gesehen, ihr habt gesehen, ihr habt ihr gesehen, ihr habt alle anderen. Davor hat er sich in ihren Schwestern, in allen anderen Ländern, und sie sind nicht mitgekommen. Ensuite, er wird alle Menschen, die Menschen, die Menschen für die Verrugierung, aber dann gibt es die Verrugierung. Die Menschen, die nicht da sind, wir haben, wir machen Dinge wie so. Und dann, auf der Ökonomie, ihr könnt, auf dem Medien, wir betrachten, wir bezahlen. Denn die Journalisten, für die meisten von uns, die nicht bezahlen sind. Und wie sie nicht bezahlen sind, sie haben für ein Bord de Riz zu erzählen. Und mit dem Zelle, die Journalisten von Radio Privé spricht für seinen Präsidenten, also dass er einfach nur für das war. Und ich wollte auch sagen, dass in dem System, es gibt Menschen, die sind auch patriote. Und das ist die junge Frau, die spielt in den Filmen. Ich habe versucht, alle Themen zu beantworten. In Afrika gibt es ein Kader, ein Kader, ein Kader, ein Kader. Aber nur, wir geben ihnen nicht die Platz, die ihnen ist. Das ist alles. Es ist nicht die Kader, es ist nicht die Kader, die Kader. Es gibt es in Afrika, viele in Afrika. Also es ist ja so, dass in den afrikanischen Ländern, dass es an ausgebildeten Fachkräften mangelt, ist ja nicht. Aber dann kommt wieder so dieses ganze Räderwerk des Systems. Und das haben sie auch in dem Film gesehen. Und das wird auch von Wirtschaftswissenschaftlern kritisiert. Also diese Väterwirtschaft, Komplizentum, was auch über das jeweilige Land hinaus reicht. Und deswegen kommen die dann nicht zum Zuge. Und das hat also wieder strukturelle und politische Probleme. – Vous voyez, par exemple, monsieur, excusez-moi, l'ancien président du Bénin, Mathieu Kereku, disait qu'en Afrika, il y avait beaucoup d'intellectuels tarés. Et ça, c'est la vérité. Regardez, si Kemi Seba n'avait pas abordé le problème du franc CFA tout récemment, pour mettre ça sur la place publique, il y a certains, soi-disant intellectuels, qui restent dans les salons feutrés et ils disent, parce que quand on voit des gens comme Lionel Zissou, qui est de chez moi, et quand on voit comment il parle du continent africain et de l'économie, et on le prend pour un grand intellectuel, et je suis désolé, on n'a pas besoin de ces intellectuels-là chez nous en Afrique. Et quand Kemi Seba a mis le problème sur la place publique, là, tout le monde commence à en parler, et ça devient un problème sérieux. Parce que le franc CFA tue les Africains. Ça tue l'économie africaine. Et le FMI est là, dès que le FMI arrive dans un pays africain. Parce que voilà comment ça se passe, le plus simplement possible. Ils viennent dans un pays, ils disent, voilà, l'économie va mal, vous n'avez pas assez privatisé, et qu'est-ce qu'on fait ? On vous prête de l'argent. Et quand on prête de l'argent, ce n'est pas à l'État qu'on prête de l'argent. On prête de l'argent aux multinationales. Et on donne directement l'argent aux multinationales. Et nous, on est endettés, et on n'a même pas l'argent pour faire évoluer nos pays. Et c'est ça. Et moi, j'ai choisi d'utiliser les mots simples pour que le commun des mortels comprennent, pour que ça soit pas trop compliqué pour eux. Voilà. Also, darf ich es kurz zusammenfassend, also, noch sagen, es ist ja so, also, wir haben ja so, Intellectuelle, die werden dann, also, das sind so die Salon-Intellektuellen, und man braucht sich hier nur also wieder den Präsidenten von Benin, Lionel Sissou, anzuschauen, und dann kommt wieder so das ganze Geschacher mit der Weltbank, mit dem internationalen Währungsfonds, und dann begibt man sich wieder in unheilvolle Abhängigkeiten, und dann kommt wieder dieser ganze Kreislauf, oder diese ganze Spirale, die wird dann wieder bedient, und damit ist keinem gedient. Aber wir können ja jetzt die Diskussion draußen noch weiter fortsetzen. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Mein Französisch, mein Französisch, mein Französisch ist nicht gut genug, um der emotionalen Diskussion, die der EU stattgefunden hat, zu folgen, aber es gab vorhin den Einwand von dem Regisseur, dass er einen Film machen könnte, der die Afrikaner zurück nach Afrika bringt. dem würde ich gerne mal einen Raum schenken, denn wir kennen in Deutschland die Diskussion, dass Türken und Italiener den deutschen Wohlstand als Gastarbeiter hervorgerufen haben, oder mit dafür verantwortlich sind. Deshalb meine Bitte an den Regisseur, in der Tat mal einen Film zu machen, der Afrikaner zurück in ihre Heimatländer bringt, der Afrika dazu in die Lage versetzt, die Ressourcen, die sie haben, selbst zu veredeln und zu verkaufen, anstatt für billiges Geld in Europa und Amerika zu verkaufen, wo es dann veredelt wird und für teuer Geld verkauft wird und letzten Endes für teuer Geld in Afrika zurückverkauft wird. Okay, de toute façon, c'est que le début du débat et le débat peut se prolonger très longtemps dans tous les Choumiers. Merci beaucoup. Wir können ja noch weitermachen draußen.